hallo ja und herzlich willkommen wir sind heute mit unserem kastenwagen und tour einfach so eine so ein tagesausflug haben wir gemacht wir mussten einfach mal raus ja und gasten waren ja einfach da mal wieder drin sitzen das gefühl genießen wieder on tour zu sein auch wenn wir wieder nach hause fahren aber egal hauptsache raus mal da drin zu sitzen man hätte einfach weiterfahren können dann bei dem wetter genau das tut einem in der seele weh aber wir sind jetzt hier nach duisburg gefahren zum landschaftspark ja wir sind einfach auf los gefahren einfach mal irgendeine richtung eingeschlagen und jetzt spazieren wir hier so ein bisschen umher trinken gleiche tasse kaffee in unserem wohnmobil und publikumsverkehr ist auch geht ja hält sich in grenzen ganz gut abstand halten so jetzt laufen wir mal ein bisschen weiter so lange noch da ist ne ciao Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also wir müssen sagen, hier gibt es viel zu entdecken. Auch mit Kindern ist das hier ideal zum Laufen. Lohnt sich auf jeden Fall mal hier hinzufahren. Hat natürlich vieles geschlossen. Also so auf dem Aufsichtspunkt kommt man nicht. Und die Gastronomie hat geschlossen. Aber ich würde sagen, auch so lohnt sich die Fahrt hier her. Ganz toll. Knapp 70 Kilometer von Köln. Einfach mal raus. Nee, hat sich gelohnt. Wunderbar. Jetzt gehen wir zum Wohnmobil. Dessen Kaffee trinken. Haben wir Kuchen? Kekse. Kekse. Kein Kuchen. Kein Kuchen. Kekse. Also kein Kuchen, ne? Kein Kuchen. So, das war es mal wieder. Leider. Wir hoffen, euch hat unser Kurztrip gefallen. Wir würden sagen, fahrt mal hier hin. Hier ist ein Parkplatz gegenüber von Ikea. Kann man wunderbar stehen. Und dann direkt zu Fuß in den Park reingehen. Wir sind von hier aus 5 Minuten höchstens. Ach, allerhöchstens. Kann man sich ganz gemütlich Zeit lassen. Bis dahin, einen schönen Tag. Wir sagen Tschüss.